Er hat sein Lachen wiedergefunden. Mario Götze ist beim BVB auf einmal wieder gesetzt, wieder erstarkt, ist bei seinen letzten drei Einsätzen an drei Treffern direkt beteiligt, läuft und ackert. Gegen Leipzig reist der Weltmeister von 2014 über zwölf Kilometer ab und weiß wieder zu begeistern. Was mich gestern überrascht hat, wo ich mich selber, ich hätte es nicht von mir vermutet, dass ich mich nochmal in Götze verlieben würde, weil der hat nämlich gestern gut Fußball gespielt, auf eine Art und Weise dienlich. Und das alles, obwohl es anfangs der Saison, trotz geplanten Neuanfangs, für Götze schlecht aussieht. Er kann 4-3-3, aber er ist manchmal sehr, sehr engagiert, sehr, sehr athletisch und so. Wie gesagt, es war gegen Leipzig oder gegen Hannover. Wir haben drei wahre Mittelfelder gespielt. Er kann dieses System, klar, aber wir sind enorm viel im Mittelfeld. Da müssen wir hier sagen, am meisten Mittelfeld sind wir acht, neun Spieler. Und er kann auch neuneinhalb, aber neuneinhalb, wir haben Kagawa, wir haben Marco Reus und wir haben Mario. Das ist viel, das ist klar, aber das ist so, das ist die Wahrheit. Der neue Trainer, Lucien Favre, scheint keinen Platz, keine Verwendung für den 26-Jährigen zu haben. Und so wird aus dem früheren Wunder wieder das alte Sorgenkind. Götze wird zu Saisonbeginn nur im DFB-Pokal eingesetzt und ist in der Bundesliga bestenfalls zweite Wahl. Keine leichte Zeit. Ich bin Fußballer und will natürlich auch immer spielen, das ist natürlich klar. Ich glaube, das will jeder bei uns. Wichtig ist einfach, dass wir als Mannschaft die Spiele gewinnen, dass wir Erfolg haben, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Für mich persönlich ist immer einfach das Beste, alles zu geben und auch den Trainer zu überzeugen, dass ich spielen möchte. Und das tut er, er überzeugt. Nicht nur Trainer Favre. Er hat noch einen neuen Spieler, Mario Götze, dazugekriegt, von dem ich nicht mehr wusste, dass es den gibt. Es gibt ihn. Und er spielt wieder eine tragende Rolle beim aktuellen Tabellenführer aus Dortmund. Selbst auf der für ihn eher ungewohnten Position der hängenden Neun. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man die Rolle interpretiert oder ob man jetzt als Stoßstürmer spielt oder nur auf die langen Bälle wartet. Da bin ich natürlich nicht der Typ für. Aber für mich ist es gut, einfach meinen Teil dazu beizutragen, dass wir die Spiele gewinnen. Dass wir spielerisch gut dargestehen, dass wir einfach auch über 90 Minuten ein gutes Spiel machen. Und die guten Spiele macht Götze derzeit wieder regelmäßig. Warum? Er spürt Fußball. Ja, ich sage die Wahrheit. Er spürt Fußball. Er spielt richtig. Einfach so. Das kann ich anders machen. Er spürt Fußball. Ein Instinktfußballer, der jetzt viel läuft und viel kämpft. Mario Götze hat sich neu erfunden und auch deshalb sein Lachen wiedergefunden. Körfschraction und Reise, oder? Ich würd executed, die es gibt才sec glücklich, aber aber gut g budgetat wenn ich rhaben. Ich würd saker, die berichte verlieren und schankt aber eben nicht locker zu, Lloyd Blける! Ich vers anlatan liefern noch nicht. Was eigentlich?